Servus Leute, heute sind wir jetzt mal bei der Lattenschießen-Challenge mit Bestrafung beim Sandro. Servus Leute. Und ja, jetzt sind wir auf dem Bolzer. Da hinten ist irgendein Fest. Aber scheiß drauf. Wir machen aus der Distanz. Da liegt der Ball, Leute. Da ist das Tor. So, es wird hart, aber die Bestrafung seht ihr dann nachher, das wird richtig hart. Leute, ich muss anfangen. Jetzt bin ich am Start, Leute. Leute, 0-0 noch. Oh, fuck. Leute, immer noch 0-0 nach zwei Durchgängen jetzt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hahaha. Hahaha. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. No. Ach Gott, Alter. Nein. 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 Ah, nein. 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 Oh Gott, Alter. Leute, ich hab verloren. Das war echt super. Die Bestrafung machen wir nicht auf dem Sportplatz. Das wird ein Surprise-Effekt, sozusagen. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Das wird schmerzhaft. Aber richtig. So Leute, also ich bekomme jetzt mit der Softair mal richtig schön eine Kugel auf die Waden. Ich krempe auch meine Jogginghose hoch, dass ihr es auch seht. Es wird schmerzhaft. Genau Leute. Er darf ausführen. Er hat ja gewonnen. Das wird weh tun. Aber was soll's. Viel Spaß beim Zuschauen. Genau. So richtig. Aber wirklich. Ich hab dich getroffen. Zweite Chance. Heiß gemacht. Ah. Alter. Alter. Ich weiß ja nicht, wie es da nicht geht. Aber mir hat es Spaß gemacht. Und ihm geht's scheiße, denke ich. Da. Ja. Es hat schön zogen, oder? Ja, es hat schön zogen. Also Leute. Wenn ihr mehr Challenges mit Bestrafung sehen wollt, nehmt Sandro dann lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Das fuckt auf jeden Fall. Das nächste Mal ist er dran gepflegt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Genau. Und ja, schreibt am besten noch Challenges in die Kommentare, was für eine Challenge ihr sehen wollt. Genau. Passt Leute, dann war's das für das Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und. Ciao. Servus. Servus. Servus.